Schönen guten Morgen, hier ist euer YouTuber Dennis wieder am Start. Ja, wir haben jetzt 2.54 Uhr. Ich gehe auch gleich schlafen. Ja, meine Freunde, vielleicht ist es nur ein kurzes Video. Ja, meine Freunde, jetzt könnt ihr sehen, es ist ja frei. Dieser Knochen hier. Es gibt drei Dinge. Nicht den da oben, was habe ich gezeigt. Diesen Zweiter, also diesen. Nicht die, auch nicht die vorne, sondern diesen Knochen. Ein Wettan. Ja, meine Freunde, und jetzt geht es mir besser wieder. Ich kann mich auch bewegen und so, keine Schmerzen. Ja, meine Freunde, Hauptsache ihr habt Spaß mit meinen Videos. Videos. Und dies ist auch viral für euch. Danke nochmal für die 7 Abonnenten. Abonnenten, an euch alle. Ihr seid die Besten. Ich habe viele Aufrufe. Danke auch nochmal. Nur ein paar nette Kommentare, was hier reinkommt. Danke auch nochmal zu euch. Vielleicht schaffen wir mehr mit Kommentaren, sowie mit Abonnenten, über 50k oder 100k. Aber jedenfalls die Daumen fehlt. Dass ihr hoch, äh, so Likes. Und das. Dass ihr noch macht. Ja, meine Freunde. Jutta will ich euch nicht stören. Ich bin raus, ja. Peace. Bleibt gesund. Euer YouTube-Adennis. Später geht's weiter mit Adro und ich. Ein Video. Lasst euch überraschen. Weil. Normatte aufnehmen bei dem Park. Äh, nee, mach ich nicht. Ja, meine Freunde. Dann schlaft schön. Viel Spaß. Mal heute. Habt einen schönen Tag. Und wir sehen uns. Peace. Euer YouTuber-Dennis. Schaui. Und wir sehen uns.